Aufnahme Start! Special Folge am Start! Wir töten uns gegenseitig! Nein! Willkommen zurück zu meiner neuen Folge! Geh zurück auf mein Hausboot, du! Ach scheiße, Mann! Verpiss dich auf dein Blut! Okay, okay! Ähm! Lande mal auf der Kirche! Dafür muss ich erstmal fliegen! Ich hab mich gerade fast übergeben! Entschuldigung! Was hier ist? Was? Ah! Weißt du, ich muss echt so selten, wie wir beide uns sehen, für jeden Zuschauer einfach nur so diese komische Stimme aus dem Aufsatz legen Du bist... Nein! Leute, wir machen jetzt ein Gebet! Was denn? Ähm... Kommt alle in die Kirche! Doch, ich halte meine Bibel leer! Ich hab, ich hab ganz viel Rüstung! Also, du kriegst mich lieber als Jan! Ja, warte mal! Das werden wir ja noch sehen! Ja, Mann! Leute, Leute, Leute! Kommt! Kommt in die Kirche! Ich bitte euch! Ja, ich hab gegessen! Der hat eine Lüge getan! Okay! Weg! Ja, bist du weg? In die Kirche soll ich kommen! Ich werde hier auf euch warten! Okay! Hallo, guten Tag! Hier ist, ähm... Der Papst! Darf ich eintreten? Aber natürlich! Ey, ist denn das nicht... Ey, ist denn das nicht... Ey, ist denn das nicht... Ich überhebe mich von dir, dich selbst den Papst zu nennen! Was bist du denn für ein Pastor mit TNT? Ey! Er... Er... Er lehrt die heiligen Regeln der... Nein! Jetzt seid ihr beide rausgerannt! Das war jetzt... Wolltest du grad Selbstmacht machen? Wie viel Sprengstoff hat die? Wieso? Junge! Warum? Was? Siehst du? Und du sagst, ich kick dich nicht tot, Mann! Ich hab... Vor allem... Ich hab... Junge! Ich bin gestorben! Vor allem, ich hab... Vor allem, ich hab noch meine komplette Rüstung, bin trotzdem gestorben! Ja, weil das ganze Haushalt auf dich drauf gefallen ist! Alles klar! Er hat einfach die Kirche zerstört! Das stimmt! Als ob, alter! Als ob! Ja, das war's dann auch wieder mit dieser Special-Folge! Ja, auf einmal! Du produzierst du dein Leben! Der Chef ist tot! Oh, oh, Adam! Oh, oh, Adam! Dein Haus! Dein Haus! Ja, bis zum nächsten Mal wieder! Bis zum nächsten Mal wieder!